Liebe Pfeifenraucher, meine hier auf YouTube, es kommen jetzt noch ein paar kurze Filme, die Betonung liegt auf kurz, damit ich ein bisschen was abarbeiten kann. Vorab aber der neue Smokers Club ist da, fragt euren Fachländler oder bestellt es euch. Diesmal geht es um Weihnachts- und Jahrespfeifen und was für uns auch noch immer ganz schön ist um Roger Wallenstein. Heute geht es um eine Pfeife, die auf diese oder eine andere Art eh irgendwann von mir hätte gekauft werden müssen, weil sie stand noch auf meinem Plan. Ein lieber YouTuber hat mich angeschrieben, weil er das letzte Mal, ich glaube in Loma, sich in eine Pfeife verliebt hatte und sie gekauft hat, obwohl er noch nicht wusste, ob er mit dem guten Stück klarkommen wird. Weil es war keine Filterpfeife und wie fast alle von uns, fast, ist der nun mal ausgewiesener 9mm Filterraucher. Und er hat es versucht, er hat es ein paar Mal versucht, er kommt damit nicht klar und fragt mich, ob ich Interesse habe und das gute Stück käuflich erwerben möchte. Ich wollte, weil, seht euch diese schöne Stücke an. Viele von euch werden bei der Form schon auf den Macher kommen. Es ist Jürgen Birne. Und spätestens, wenn man sich mal diese Maserung dieser Mooreiche anguckt, das ist schon aus guten Grund, ein Meister der Mooreiche ist ein Vulcanogropf, kann man sagen, mit leicht mittlerem Füllvolumen, ähnlich wie die Budilus davor, da hatte ich es nicht erwähnt, verzeiht, mit einem eckigen Holm, der eckig leicht zugeht, zum Mundstück ebenfalls mit Symmetrien behaftet, damit die Sache spannender wird, ohne Filter, wie gesagt. Und, was soll ich zu dieser Pfeife sagen, es ist, es ist erstmal ungeheuer leicht. Man denkt eigentlich nicht, dass es sich um etwas anderes als um schwarz gefärbtes Balserholz handeln kann. Diese Maserung und die Integration in die Form, das ist so genial. Schönes, breites Acrymonstück, wunderschön ausgeschachtet. Ein Biss, der perfekt zur Form und zum Gewicht passt. Die Raucheigenschaften sind einfach nur gut. Ich habe keine Burner-Pfeife, die sich schlecht rauchen lässt. Ich bin dem YouTuber dankbar, dass er an mich gedacht hat und auch an Herrn Burner, dass er so tollen Stücke herstellt, die man dann eben auch noch kaufen kann und auch bezahlen kann. Er ist zum Glück noch nicht in der Riege der Hochpreise im Pfeifenmacher angekommen. Und wie immer gestempelt mit Burner und der stilisierten Pfeife von ihm. Ein Grading in dem Sinne, also eine Graduierung hat er ja nicht. Und ich muss sagen, also Humoreiche und Burner, das sind Sachen, das passt gut zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt mir gesund. Wenn nicht, macht euch auf und werdet es mir bald. Diejenigen, die ein bisschen lustlos waren in den letzten Monaten, mögen doch wieder ein Filmchen einsetzen in unserer Riege. Weil das belebt uns und außerdem weiß man dann auch, dass es euch gut geht. In diesem Sinne, alles Liebe und seid euch gewiss. Ich denke an euch und zwar alle. Euer René. Und das ist auch etwas. Ich denke sei,... Ich bin viel zufrieden. Aber die Riege ist nicht mehr. Und in diesem Sinne, auch alle. Und das ist aber auch... Ich bin kein kein ganzes. Ich bin kein ganzes. Ich bin kein ganzes. Und dann bin ich nicht mehr auf und behalten. Und ich bin kein großer Zeitpunkt. scalender Kastbar wäre. Ich bin kein kleiner. Und ich bin kein Alter. Und ich bin kein kleiner. Untertitelung des ZDF, 2020